Du hast keine Coins auf deinem Account? Check die Seite U7Buy Dann hol dir günstige und sichere Coins Und benutzt den Code Ham Ham Hi Locos, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute werden wir wieder Spiele erraten Und wenn wir sie nicht erraten, dann werden wir sie discarden Das heißt, wir gehen in FIFA Kaufen die teuerste Version von dem Spieler Und schmeißen sie einfach in den Öl Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefällt Los geht's Baby Wir werden es heute anhand von einem Video machen Erraten sie den Fußballspieler Anhand vom Emoji An den Emojis müssen wir erraten Welcher Fußballspieler das ist Let's go, okay Anstrengend, ich hab keinen Bock Spieler zu discarden Okay, es geht los Äh, Frankreich Real Äh, stopp, oh sorry Zidane Der war doch am Thumbnail mit Hand Ich dachte jetzt kommt automatisch ein anderer Wie soll ich nochmal direkt an Benzema denken Nein, Mann, das ist Bullshit Bitte sag mir Benzema hat keine Specialkarte Ja, wie teuer ist der Bro, das ist kein guter Start Direkt 50k Sind weg Konzentration Ich darf nicht Pause drücken Arsenal Äh, Jesus Gabriel Jesus Wegen dem Jesus Wegen dem Jesus Ja Let's go Ich bin da Oh Äh, Diamant Äh, Rom Rom Diamant Ähm Romatiamant Neeein Paolo Dybala Wie soll ich auf Dybala kommen Was zur Hölle hat ein Diamant mit Dybala zu tun Bro, ich weiß ganz genau, dass Dybala eine Specialkarte hat Das weiß ich Oh Two and a half grand Neeein 172.000 Oh Fuck Um ehrlich zu sein Haben wir jetzt schon mehr Discarded, als ich erwartet habe Was wir Discarden Deswegen Wäre es gut, wenn uns jetzt kein Fehler mehr passiert Einfach Rai Harry Ru Äh, Rice Es gibt einen Spieler, der heißt Rice Ich kenne seinen Vornamen nicht, aber es zählt D-Klan Das zählt, das zählt, das zählt Robin Hood Inter Mailand Robin 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 Gosens Robin Gosens Ja Let's go Keiner macht mir was vor, in Spiele erraten Okay, Konzentration Löwe Äh, Sixpack Bayern Löwenstein Löwe Leon Leon Doriska Weil er Sixpack hat Wer von euch wusste das Leon heißt Löwe Sixpack, wegen dem, weil er so breit ist Schlange Frankreich Schlange Was ist mit Schlange gemeint Snake Usman Emili Weil er so drippeln kann Er hat keine Special Karte Ja, danke Gott Und tschüss Keiner von euch wäre drauf gekommen Schlange und Frankreich und Also wenn jetzt wer von euch drauf gekommen ist, dann seid ihr krass Stein Äh, City Stone Stones 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 Ich zieh den Kek immer Immer Das ist die richtige Antwort Äh, Cell? Robot Robot Cell Cell Nein Buh Buh Robot Roboter Robotson Robotson My Bro Buh Mein Bro Tagt mir ein Scheiß Dragon Ball Charakter Ein Dragon Ball Charakter Um ihr Haarland zu erklären Ich fühle mich sehr gut. Fick diese scheiß Total Football Quiz. Wie soll ich mit diesen Emojis auf Haaland kommen? Mit diesen Emojis. Und ich bin 2 Millionen Coins ärmer. Vinicius Junior. Das muss bitte sein. Vinicius Junior, nicht Neymar. Ja. Bro. Schnabel? Coman? Lucas Hernandez. Ach ja, der Disney-Charakter. Wieso bin ich nicht drauf gekommen? Immerhin ist er günstig. Nur 3K, Bitch. Diesmal habt ihr mich nicht. Aber die Hälfte vom Video ist doch noch nicht mal um. Aubameyang. Ja, Baby. Aubameyang. Okay, es läuft gut. Rote Karte. Eiffelturm. Bad. Paris. Frankreich. Algiru. Du könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber das ist echt schwer. Ich muss Packs öffnen. Ich hab nicht genügend Coins. Inform. Immerhin. Wer ist es? McGold Dick. McGoldener Schwanz. Steck dir deinen goldenen Schwanz woanders hin, Bitch. Hey. Sergio. Wie wär's, wenn du in mein Team kommst, Bro? Wie wär's, wenn du in mein Team kommst, damit ich dich diskaden kann? Jetzt darf mir sowas nicht mehr passieren. Vor allem nicht bei den Spielern, die so teuer sind. Okay, jetzt darf mir das nicht mehr passieren. Stone. Berg. Mountain. Mount. Mason Mount. Ja. Alter, jeder Spieler ist jetzt so wichtig. Jeder Einzelne. Ich hab keine Coins mehr. Lewandowski. Ja, das weiß ich. Weil er macht immer so. Ja. Kenny, Kenny Walk. Kyle Walker. Ja. Nichts mehr. Nichts mehr abstoßen. Ich hab über 2 Millionen diskadet. So viel hab ich noch nie in irgendeinem Video diskadet. Ich schwöre. Ronald. Ronald McDonald. Ronald Koeman. Ronald Koeman. Warum soll ich wissen, dass dieser Araujo Ronald mit Vornamen heißt? Das tut nicht so krass weh. Und tschüss. Luigi. Luigi. Paris. Verratti. Lu... Er heißt... El Donnarumma. Huh. Wegen Gianluigi Donnarumma. Das wär nochmal teuer geworden. Ich sag euch ehrlich. Das wär nochmal teuer geworden. Wir haben's nochmal schnell umgedreht. Piqué. Weil er Shakira weg macht. Weil er Shakira jeden Tag im Bett massiert. Ja. Mate. Liverpool. Salah. Mohamed Salah. Ich nehm einfach den teuersten Spieler von Liverpool. Weil kein Bock ihm zu diskaden. Nein. Nein. Er kostet über 100k. Will niemanden verkaufen. Ich mag mein Team. Marquinhos. Hau rein. Warum muss er gerade jetzt so teuer sein? Boah. Du Wichser Nunez. Tschüss. Bitte, wenn's ein Gott da draußen gibt. Dann war das jetzt der letzte Discard. Spider-Man Argentinien. Es ist nicht Messi. Ich sag einfach mal Lautaro Martinez. Weil er auch teuer sein könnte. Julian Alvarez. Mkhitaryan. Okay, das ist einfach. Mkhitaryan. Okay. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Nacho Fernandes. Nacho Fernandes. Ja. Cavani. Das ist Cavani. Cavani. Oh. Batman. Nein, nein, nein. Sto, woher ist das? Batman. Lukaku. Ich hab keine Ahnung. Batschuaui. Hau rein. Okay, okay, okay. Bitte, bitte, bitte. Seid der letzte gewesen, nehmen wir das Karten. Giraffe. Ist das ein Torwart? Cottoir? Bitte. Ja. Hamschick. Nee. Oh, wer ist der? Soll das denn sein? Shihamschick. Scheiß Wichser. Das ist ein verdammt. Verdammt, verdammt teures Video. Das ist mein teuerstes Video. Jemals. Herz zur Hölle soll das sein. AAAAAAAH! Fuck! Okay. Er ist immerhin der günstigste. Immerhin. Bitte jetzt hör auf, mir die ganze Zeit das Spiel dazu diskaten. Es geht noch eine Minute. Philips. Hä? Der heißt so. Der heißt Philips. Ja, Philips. Das ist ja einfach. Ja, hä? Nein, stopp mal. Vogel. Vogel? Vogel! Ey! Ich sage, den Uruguayer. Wie heißt der? Ihr wisst, welchen ich meine. Ich sage, den Mittelfeld Uruguayer. Ich sage nur ihn, weil er so teuer ist. Mein Gott. Schwierig, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Zählt, zählt. Ist mir scheißegal. Verpisst euch. Renato Sanchez, man sieht es direkt. Zum Glück bin ich einmal mit den Teuersten gegangen. Renato Sanchez. Das war's. Ja! Nein! Das ist die Bonusrunde. Verpisst euch. Steckt euch die Bonusrunde in den Arsch. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da für Mitleid. Einen Daumen nach unten für kein Mitleid. Schreibt in die Kommentare, wie viele ihr richtig hattet. Ohne zu lügen. Ohne lügen. Jeder wird lügen. Ohne lügen. Ich könnte jetzt theoretisch auf mein Instagram gehen. Oh. Oh. Wow.